Heute mal wieder mit einem kleinen Horl. Ja, ich war gestern ein bisschen einkaufen, aber es ist nicht allzu viel. Aber ich wollte euch trotzdem zeigen und jetzt nicht wieder sammeln, weil man vergisst dann doch im Nachhinein, was man alles gekauft hat. Also einmal, deswegen bin ich einmal hin. Mülltüten und zwar so 60 Liter. 60 Liter. Reicht ja auch aus. Ich wollte jetzt nicht so riesen Mülltüten nehmen. Einmal diese Allzweck-Tücher, da ich ja letztes Mal außerdem die Schwimme gekauft hatte, habe ich jetzt die Allzweck-Tücher gekauft. Ja, was ich eigentlich wollte, diese Aufruhrschlappen. Vier Packungen. Und zwar sind das vier Packungen. Das muss wo neu sein, diese Spray. Diese Body Spray entdeckt. Ja, das wollte ich einfach mal ausprobieren, wie das so ist. Eigentlich habe ich ja genug Creme, aber das wollte ich einfach mal ausprobieren. Vielleicht, wenn man mal verreisen tut oder so, dass man da nicht diese großen Bodylosen mitschleppen muss, sondern einfach nur so ein Spray. Muss ich aber noch gucken, ob es mich auch überzeugt. Geentspannungsgel gekauft von DM. Ja, das habe ich jetzt schon gestern ausprobiert. Hat mich aber nicht so von Sessel gehauen. Das habe ich von Balea noch gekauft. Die wollte ich einfach mal ausprobieren. Das neue Indie-Dusche Waschgel-Make-Up-Inferner gekauft. Ja, ich hatte das in der Werbung gesehen und dachte mir, das muss ich mir jetzt unbedingt mal angucken. Ja, klar wird es sein, wie mit allen, dass DM und Co. irgendwann dann nachziehen werden und wieder eine Eigenmarke draus machen werden. Das war ja bei Interdusche Bodylosen auch so. Ein Horst war ja ein sehr kurzes Video. Aber naja, da sage ich mal, das war es dann erstmal wieder von mir für euch. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss!